Hallo Leute, hier ist die Christiane mit Hund und Katz. Heute ein kleines Update mit dem, was Gypsy am allerliebsten mag. Wenn es dich interessiert, bleib einfach dran und wenn es dir gefallen hat, lass uns einen Like da. Auch im März haben wir noch Schnee. Keiner ist begeistert, nur Gypsy liebt es. Und der Grasbüschel, der macht natürlich besonders viel Spaß, mit dem ein wenig rumzukämpfen. Für Gypsy gibt es nichts Schöneres, als im Schnee rumzutoben. Das macht dir so einen dermaßenen Spaß und sich auch drin ein wenig rumzuwälzeln, das ist noch schöner. Also meine Vermutung ist, dass ja in Rumänien, da wo sie aufgewachsen ist, in dem Shelter, dass da wirklich kalt war. Wir haben ein Video gekriegt, da war der Trinknapf total mit einer Eisschicht bedeckt. Und ich denke, da hat es dann auch geschneit und die waren ja dauernd draußen. Und deswegen liebt ich den Schnee so und die Kälte. Die erste Woche war es ja auch ganz offensichtlich, im Haus viel zu warm. Ich habe dauernd rumgelegt und gehe rechelt. Es war eher zu warm. Inzwischen hat sich daran gewöhnt, dass im Haus schön warm ist. Aber draußen im Schnee ist das Beste. Doch Gypsy liebt nicht nur den Schnee, sondern noch eine Sache mag sie richtig gern. Das werden wir gleich sehen. Doch nicht nur spielen ist schön, sondern auch gekrault werden. Wenn man dann genug gespielt hat und genug gekrault worden ist, dann ist es am schönsten im Katzenbett. Und wenn ihr wissen wollt, wie es bei uns weitergeht, schaut es wieder vorbei. Eure Christiane von Hund und Katz